Ein roter Punkt erobert die Welt, und zwar mitten aus dem Ruhrgebiet. Der Red Dot Design Award ist die weltweit prestigeträchtigste Auszeichnung für Design. Seine Träger führen mit ihm ein Markenzeichen für herausragende Qualität. Und jede prämierte Arbeit wird für mindestens ein Jahr im Red Dot Design Museum ausgestellt. An dem Ort, an dem Prof. Dr. Peter Seetz den Grundstein für eine der beeindruckendsten Marketinggeschichten aus dem Ruhrgebiet legte. Eine Geschichte, die er seitdem mit beispielloser Energie auf der internationalen Designbühne vorantreibt. Es ist uns hier gelungen, aus dem Ruhrgebiet heraus den größten und wohl bedeutendsten Designpreis der Welt zu kreieren. Und das Ganze eben unter dem Titel Roter Punkt ursprünglich und jetzt eben unter Red Dot International. Wir haben Teilnehmer aus über 70 Nationen und insgesamt über 18.000 Arbeiten, die im Jahr juriert werden. Seit über 30 Jahren beschäftigt sich Prof. Seetz mit Design und dessen Wert für die Kommunikation. In verschiedenen prägenden Rollen, spätestens aber seit seiner Initiierung des Red Dot Design Awards, zählt er zu den weltweit profiliertesten Design-Experten. Der Region und dem Standort des Museums auf dem Gelände des Weltkulturerbes Zeche Zollverein bleibt er dabei aus gutem Grund treu. Wenn man nach Deutschland guckt, aus dem Ausland, dann denkt man immer, so eine bedeutende Design-Institution, wie wir es inzwischen sind, gehört eigentlich in die Bundeshauptstadt, nach Berlin, sagen wir mal, oder vielleicht in eine der bekannteren Orte, Frankfurt, München und so weiter. Aber wenn ich dann erkläre, dass hier sozusagen der wirtschaftliche Wiederaufschwung stattgefunden hat für Deutschland und dass das hier eine Keimzelle der Industriekultur ist, dann verstehen die das relativ schnell. Und das Interessante ist, wir haben mit dieser Zeche sogar ein Maßstabgesetz, nämlich weltweit entstehen an anderen Orten jetzt gebrauchte Design-Zentren, also in alten Fabrikhallen werden Design-Zentren eingerichtet oder auch Museen eingerichtet. Und damit haben wir einen internationalen Maßstab gesetzt hier in Essen. Mit seinem Einsatz für den Red Dot Design Award bringt Professor Seetz auch sein eigenes Verständnis von Design zum Ausdruck. Nicht einfach nur schöner Schein, sondern echter unternehmerischer Wert. Es geht immer darum, einen visuellen Eindruck zu vermitteln und der setzt sich ja leichter fest als irgendeine andere Botschaft. Und insofern ist es ganz wichtig für Marketingaktivitäten, dass man sich wirklich auch auf den Designauftritt des Unternehmens konzentriert. Denn Design ist Emotionalität pur und wenn man da gut ist, erreicht man sofort die Herzen der Menschen. Neben den wirtschaftlichen sieht Professor Seetz im Design aber auch deutliche soziokulturelle Aspekte und damit Auswirkungen auf die Lebensqualität, wenn das Produkt überzeugen kann. Ja gut, ich habe für mich vier Qualitätskriterien. Einmal die Funktion, eine Sache muss funktionieren, wenn das nicht funktioniert, dann haben wir keinen Spaß. Zweitens, ich muss die Sache toll finden, das heißt, ich muss mich faszinieren, ich muss sie haben wollen. Die Faszination ist die zweite Geschichte. Die dritte, Gebrauch. Ja, nützt alles nichts, wenn es gut funktioniert und schön aussieht, aber ich kann das nicht gebrauchen, dann ist es ganz schlecht. Viertens, die Qualität der Verantwortung. Und zwar nicht jetzt nur im grünen Sinne, sondern auch sozial, kulturell. Es muss sozial verträglich sein, es muss kulturell in unsere Welt reinpassen und so weiter. Und wenn diese vier Qualitäten in einer Symbiose gegeben sind, ist ein Produkt super. Nicht nur als Experte lässt er sich dabei gerne überzeugen, sondern auch als Genießer. Man weiß, dass ich im Auto nah bin, also ich habe ein paar schöne Autos. Und immer wenn ich hierher fahre, dann freue ich mich, dass ich in einem schönen Auto sitze. Ich umgebe mich mit schönen Möbeln und ich habe ein super schönes Büro oben, auch mit Designmöbeln. Und ansonsten geht es auch über das Design hinaus. Also ich liebe gutes Essen und Trinken und das in einem wunderbaren Ambiente. Gerade wenn es um das Ambiente geht, ist für Professor Seetz dabei die Heimat seines täglichen Schaffens ein perfektes Beispiel für einzigartige Designqualität. Damals wie heute. Dieses Gebäude ist einzigartig weltweit. Und Norman Foster hat es ja nur, ich sag mal, überarbeitet, weil die Qualität dieses Gebäudes wurde ja schon von Schupp und Kramer gesetzt in den 30er Jahren. Die große Bauhaus-Fans waren, die waren selbst nie dort am Bauhaus, aber sie haben die Bauhaus-Architektur, die Bauhaus-Philosophie verinnerlicht gehabt. Und wenn Sie sehen, hier gibt es drei Materialien. Und dieser Kontrast zwischen den ultra-neuen Produkten und dieser hervorragenden alten Architektur und die sensible Renovierung durch Norman Foster, die geben diesem Ort eine besondere Aura. Mit seiner Arbeit bringt Professor Seetz nicht nur das internationale Verständnis von Design als wichtigen Unternehmenswert, sondern auch die Internationalisierung des Ruhrgebiets und die Wertschätzung der Region entscheidend voran. Für den Marketing-Club Ruhr hat er damit die Auszeichnung zum Kopf des Jahres mehr als verdient. Ja, das bedeutet eine ganze Menge, weil, wie gesagt, wir, unser Team und ich, wir sind bekennende Leute hier zum Ruhrgebiet. Für mich ist das immer noch das starke Stück Deutschland. Und wir zerreißen uns manchmal wirklich den Arsch, um auch Leute hierher zu bewegen und um hier einen guten Job zu machen. Und da ist es natürlich super, dass diese Arbeit durch so eine Auszeichnung gewürdigt wird. Und ich muss dazu sagen, es ist die erste Auszeichnung dieser Art, die ich überhaupt bekomme. Obwohl ich selbst hunderte von Auszeichnungen vergebe, ist das aber für mich das erste Mal, dass ich selber sozusagen im Rampenlicht des Ausgezeichneten stehe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017